Musik In den frühen Morgenstunden des 3. November 1935 erscheint die 17-jährige Hideko Tokuda auf der Polizeistation in Yamamachi in Tokio. Sie berichtet, ein Einbrecher sei ins Haus ihrer Familie eingedrungen und hätte ihren Bruder angegriffen. Bitte lasst ein Like da und abonniert noch schnell den Kanal, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Als die Polizei vor Ort eintrifft, ist der Bruder der jungen Frau, der 24-jährige Mitsuko, bereits tot. Er hat zahlreiche Stichverletzungen davon getragen. Die Mutter der Familie, die 46-jährige Hama, beschreibt den Vorfall. Sie hat mit den jüngeren Geschwistern, der 21-jährigen Eko, der 17-jährigen Hideko und dem elf Jahre alten Takashi in einem Schlafzimmer im Keller ihres Hauses übernachtet, während ihr Sohn Mitsuko im Obergeschoss des Hauses zu Bett gegangen ist. Der Vater der Familie, Hiroshi, ist in dieser Nacht nicht zu Hause. Er befindet sich auf der Insel Sakhalin, wo er fünf Jahre zuvor eine Klinik eröffnet hat. Hama beschreibt der Polizei, dass sie plötzlich eine Stimme gehört hat, die gesagt hat, Zitat, »Gib mir dein Geld!« Sie realisiert, dass ein Einbrecher im Haus ist. Hama fordert ihre drei Kinder, die mit ihr im Schlafzimmer sind, auf, unter ein Futon zu kriechen, um sich dort zu verstecken. Sie sagt, dass sie dem Einbrecher dann 60 Yen Bargeld gegeben hätten und gehofft hätte, dass er mit dem Geld verschwindet. Doch in diesem Moment sei ihr Sohn Mitsuko, der die Stimmen gehört haben muss, aus dem Obergeschoss gekommen und hätte den Einbrecher von hinten angegriffen. Laut ihrer Aussage zieht der Dieb daraufhin ein Messer und sticht Mitsuko in den Magen, in die Hand und schließlich in den Hals, was zu seinem Tod führt. Die Familie Tokuda ist entsetzt. Der 24-jährige Mitsuko hatte Zahnmedizin studiert und eine vielversprechende Zukunft vor sich. Die Polizei stellt fest, dass der Täter das Messer, das er benutzt hat, am Tatort zurückgelassen hat. Es liegt in der Spüle in der Küche. Es ist ein Deba-Messer und der Täter scheint es in die Spüle geworfen zu haben, bevor er das Haus der Tokudas durch die Haustür verlassen hat. Leider hatte irgendjemand aus der Familie bereits den Wasserhahn der Spüle aufgedreht und somit mögliche Spuren auf der Tatwaffe zerstört. Es können keine Fingerabdrücke mehr darauf festgestellt werden. Die Polizei sucht sofort die Umgebung ab, in der Hoffnung, den flüchtenden Dieb noch zu finden. Sie geht davon aus, dass er Blut an seiner Kleidung hat und sich deswegen eventuell versucht zu verstecken. Hama Tokuda, die Mutter, kann eine gute Beschreibung des Einbrechers abgeben und sagt, es sei noch ein relativ junger Mann gewesen. Währenddessen hören die Ermittler sich auch bereits in der Nachbarschaft um. Ein direkter Nachbar der Tokudas sagt aus, dass er in der letzten Zeit mehrfach einen verdächtigen Mann gesehen hat, der der Beschreibung von Hama entspricht und der sich in der Wohnsiedlung umgesehen hat. Mitsukus Vater Hiroshi hatte die Klinik auf Sakalin im Jahr 1930 bauen lassen, um dort als Vertragsarzt für eine Zellstofffabrik zu arbeiten. Zunächst ist die Familie, also Hiroshi, Hama und ihre zwei jüngeren Kinder von ihrem Wohnort in Fukushima aus dorthin umgezogen. Der älteste Sohn Mitsukum, damals bereits 18, und die älteste Schwester, die 16-jährige Eko, gehen stattdessen nach Tokio, wo sie ihren Schulabschluss machen und anschließend dort bleiben und beginnen zu studieren. Mitsukum fängt ein Zahnmedizinstudium an. Er ist sehr beliebt unter den anderen Studenten an der Uni, doch nach einer Weile beginnt er, sein Studium zu vernachlässigen und geht oft weg. Er hält sich in Mayong-Clubs, Cafés und auch im Rotlichtbezirk auf. Die Studiengebühren, die er von seinem Vater erhält, gibt er zu seinem Vergnügen aus, anstatt sie an der Uni zu bezahlen. Nachdem ihm auch dieses Geld nicht mehr reicht, beginnt er öfter, heimlich Dinge seiner Schwester Eko zu verkaufen. Eko muss schließlich ihr Studium aufgrund der schlechten finanziellen Situation abbrechen und arbeiten gehen. Sie ist aus diesem Grund nicht besonders gut, auf Mitsukum zu sprechen. Währenddessen läuft die Klinik seines Vaters in Sakalin schlecht. Er hat keinen Vertrag als Arzt mit der Zellstofffirma bekommen, wie er es sich erhofft hatte, und kann mit seiner Klinik keinen Umsatz machen. Er hat bereits mehrfach erfolglos versucht, sie zu verkaufen. Nach fast vier Jahren zieht auch die restliche Familie, also Mutter Hamam, Vater Hiroshi und die jüngeren zwei Geschwister nach Tokio, während Hiroshi sich allerdings weiterhin oft auf Sakalin aufhält und Vorbereitungen trifft, um die Klinik zu schließen. Mitsukum, der ja fast vier Jahre lang von seiner Familie getrennt gelebt hatte, freut sich, wieder in ihrer Gesellschaft zu sein. Doch er hat aufgrund seines Lebensstiles und dem vielen Geld, das er ausgegeben hat, oft Streit mit seinem Vater. Nun sind seine Studienfreunde und seine Familie schockiert von seinem brutalen, plötzlichen Tod. Die Polizei hat allerdings, außer den Beschreibungen der Mutter und des Nachbarn, der möglicherweise den Täter in den Tagen zuvor gesehen hat, keine Spur auf den Schuldigen. Da zu dieser Zeit angenommen wird, dass der Täter auf Geld- und Wertgegenstände aus war, nimmt man an, dass er möglicherweise das Haus der Familie ausgespäht hat, ein Einbruchdiebstahl also, der in einem Mord eskaliert ist. Doch es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Die Polizei stellt bei den weiteren Ermittlungen fest, dass es keinerlei Hinweise darauf gibt, dass die Tat tatsächlich so abgelaufen ist, wie sie von Hamer beschrieben wurde. Es können zum Beispiel keinerlei Einbruchsspuren gefunden werden. Wie soll der Täter also ins Haus gelangt sein? Weiterhin hatte Hamer behauptet, dass Mitsukum ebenfalls bereits zu Bett gegangen war, doch er trägt noch seine Tageskleidung und Socken, außerdem hat er eine Zigarette in der Tasche, so, als wolle er nochmal vor die Tür gehen. Darüber hinaus befinden sich in den Blutspuren am Tatort eine Menge Schuhabdrücke, doch alle diese Abdrücke sind von Hamer und Eko. Es ist kein fremder Abdruck dabei, der auf einen Einbrecher schließen lässt. Könnte tatsächlich Mitsukos eigene Familie in die Tat verwickelt sein? Dies könnte erklären, warum sie das Wasser im Spülbecken, in dem sich die Tatwaffe befunden hat, angestellt haben. Ein Monat nach der Tat, am 5. Dezember, zieht die ganze Familie, inklusive dem Vater Hiroshi, der nach dem Mord seines Sohnes direkt nach Tokio zurückgekehrt ist, in eine neue Wohnung um. Die Mutter und die Geschwister sagen, sie könnten nun nicht mehr an dem Ort leben, wo die schreckliche Tat geschehen ist. Den Umzug hat die Familie, die eigentlich aufgrund der bevorstehenden Schließung der Klinik in schwierigen finanziellen Verhältnissen ist, mit 66.000 Yen finanziert, die sie aus Mitsukos Lebensversicherungen hat. Interessanterweise ist Mitsukos die einzige Person in der Familie gewesen, die Lebensversicherungen hatte. Weder seine Eltern noch seine anderen Geschwister sind versichert. Lebensversicherungen waren zur damaligen Zeit in Japan sowieso noch eher eine Seltenheit und wenn überhaupt wurden sie von der Oberklasse genutzt. Dass Mitsukos also gleich fünf dieser Versicherungen hatte, erscheint relativ verdächtig. Die erste davon wurde bereits im Jahr 1930, als der Vater seine Klinik gebaut hatte, abgeschlossen, die anderen in den Jahren danach, die letzten nur wenige Monate vor Mitsukos Tod. Dann stellt die Polizei fest, dass es in der Klinik in Zakalin bereits kurz nach der Eröffnung einen Brand gegeben hat und dass die Familie damals bereits 28.000 Yen aus einer Versicherung erhalten hatte. Das Feuer hatte stattgefunden, nachdem der Vater Hiroshi erfahren hatte, dass er keinen Vertrag als Arzt mit der Firma erhalten wird. Am 6. Dezember, also unmittelbar nach ihrem Umzug, werden Hiroshi, seine Frau Hama und ihre Tochter Eko festgenommen. Eko ist die erste, die drei Tage später ein umfangreiches Geständnis ablegt. Als ihre Mutter davon erfährt, gesteht sie ebenfalls. Wie nach kurzer Zeit feststeht, ist in der Nacht des 3. Novembers überhaupt kein Einbrecher im Haus der Tokodas gewesen. Nachdem Hiroshi sich mehrfach mit seiner Frau Hama über den wilden Lebensstil ihres Sohnes unterhalten hat und darüber, dass er durch das viele Geld, das er ausgibt, die schwierige finanzielle Situation der Familie noch schwieriger macht, schmieden die beiden einen teuflischen Plan. Mitsuko muss sterben. Sein Vater sieht keinen Sinn mehr darin, seinen Sohn weiterhin zu finanzieren, der sich nicht um seine Ausbildung kümmert, sondern trinkt und raucht und Frauen trifft. Er möchte mit dem Tod seines Sohnes nun Geld verdienen und schließt noch mehrere der Lebensversicherungen ab. Bereits am 10. Juni 1935, fünf Monate vor seinem Tod, unternehmen seine Eltern den ersten Versuch, ihn zu ermorden. Hiroshi hat als Arzt keinerlei Probleme, Asin zu besorgen. Er gibt es seiner Frau Hama und weist sie an, es ihrem Sohn Mitsuko und das Essen zu mischen. Ihr Plan ist, anschließend zu erzählen, dass Mitsuko bereits seit längerem an ungeklärten Magenschmerzen erkrankt war. Nachdem seine Mutter das Gift in die Suppe gibt und Mitsuko sie isst, geschieht nichts. Die Substanz hatte sich am Boden des Suppentellers abgesetzt und sich nicht aufgelöst. Nun beschließt Hama, ihre älteste Tochter Eko einzuweihen, damit sie ihr beim nächsten Versuch helfen kann. Eko hat zunächst Zweifel, doch schließlich entscheidet sie sich, den Plan ihrer Eltern auszuführen. Sie mischt das Gift in Essen, das sie anschließend frittiert. Doch ausgerechnet an diesem Abend, im Juli 1935, entscheidet Mitsuko sich, etwas anderes zu essen. Einige Wochen später erzählt Hiroshi seinem Sohn, dass er annimmt, dass er an Syphilis erkrankt sei. Mitsuko reist während seiner Ferien auf die Insel Sakhalin, wo er in der Klinik seines Vaters eine Behandlung erhalten soll. Hiroshi trägt einer seiner Krankenschwestern aus seinem Krankenhaus auf, seinem Sohn eine Injektion zu geben, doch die angeordnete Menge des Medikamentes kommt der Krankenschwester viel zu hoch vor und nachdem sie Rücksprache mit einem Apotheker gehalten hat, verzichtet sie auf die Injektion. Einen weiteren Versuch unternimmt Hiroshi in seinem Krankenhaus nicht, um nicht verdächtig zu wirken. Als Mitsuko wieder zu Hause ist, versucht seine Schwester Eko erneut ihn zu vergiften. Am 2. Oktober isst Mitsuko sein komplettes Essen auf, das sie für ihn zubereitet hat, doch sie hat viel zu wenig Arsen benutzt und nichts geschieht. Zehn Tage später, am 12. Oktober, versucht sie es erneut. Dieses Mal benutzt sie viel zu viel und ihr Bruder muss sich bereits nach wenigen Bissen übergeben, was dazu führt, dass er wieder nicht genug des Giftes aufgenommen hat, dass es ihn umbringen könnte. Hiroshi, der Vater, ist wütend. Er beschuldigt seine Tochter Eko und wirft ihr vor, dass sie die Sache übernehmen wollte, aber schlussendlich immer noch nichts ausgerichtet hat. Aus diesem Grund beschließt Hiroshi nun, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Er besorgt das Deba-Messer, schärft es und versteckt es in der Küche. Obwohl er die Sache selbst in die Hand nehmen wollte, hat er nun wieder einen Plan gemacht, den seine Frau Hama und seine Tochter Eko ausführen müssen. Er selbst ist in der Nacht der geplanten Tat natürlich auf Sakalin, damit er auf keinen Fall mit den Vorgängen in Verbindung gebracht werden kann. Wenn sie Mitsuko erstechen, soll er in einer Position sein, in der er sich nicht wehren kann, damit die Sache nicht wieder misslingt. Aus diesem Grund weist Hiroshi seine Frau und seine Tochter an, das Ganze wie ein Spiel wirken zu lassen. Als Mitsuko gegen ein Uhr in der Nacht des 3. Novembers von einem seiner Ausflüge in die Stadt zurückkehrt, fragt Eko ihn, ob er in der Lage sei, einen besonderen Knoten zu lösen. Sie sagt, sie möchte ihn testen und bindet seine beiden Hände mit einer Schnur zusammen und verknotet sie aufwendig. Dann fordert sie ihren Bruder auf, die Knoten mit seinen Zähnen zu öffnen. Mitsuko denkt tatsächlich, es sei ein Spiel oder ein Test. Er führt den Knoten zu seinem Mund und in diesem Moment beginnt seine Mutter Hama mit dem Messer auf ihn einzustechen. Der gefesselte Mitsuko kann sich kaum wehren. Er schreit seine Mutter mehrfach an, dass sie ihm vergeben soll, bis er an dem letzten Stich, der ihn direkt in den Hals trifft, verstirbt. Nun, wo die Wahrheit ans Licht gekommen ist und die Presse ausgiebig darüber berichtet, ernten die Tokodars komplettes Unverständnis. Wer würde seinen eigenen Sohn umbringen und welche Familie würde sich auch noch zusammenschließen, um eine so schreckliche Tat gemeinsam auszuhecken und über den Verlauf von mehreren Monaten immer und immer wieder solche Versuche unternehmen? Und hatte Mitsuko etwa etwas von seinem bevorstehenden Tod geahnt? Er hatte einer Frau aus dem Rotlichtbezirk, mit der er bekannt war, erzählt, dass sein Leben wertlos geworden sei und dass er sterben könnte. Er sagt ihr, wenn dies nicht geschehen würde, würde er zu ihr zurückkehren. Dies ist einer der ersten größeren Fälle von Versicherungsbetrug, der in Japan geschehen ist, wo zu dieser Zeit eigentlich nur Personen der Oberklasse Versicherungen hatten, zu denen die Tokodars definitiv nicht gehörten. Während Eko und ihre Mutter Hammer ein vollständiges Geständnis abgelegt haben, versucht der Vater, Hiroshi, der ursprüngliche Initiator der Tat, vor Gericht, sich dumm zu stellen. Er beharrt darauf, dass das Arsen, das sie zunächst benutzt hatten, gegen Ratten gewesen sei. Auf die Frage, warum er seiner Frau dann aufgetragen hatte, es in einen Suppentopf zu tun, antwortet er, Zitat, selbst wenn man es in einen Suppentopf tut, werden immer noch die Ratten daran sterben. Hammer, die Mutter, versucht, sich selbst als alleinige Schuldige darzustellen, um ihre Tochter Eko zu schwitzen. Der Richter denkt ebenfalls, dass Hiroshi, ungeachtet seiner wirren Aussagen, der Drahtzieher war und verurteilt ihn zum Tod. Hammer erhält eine lebenslängliche Haftstrafe und Tochter Eko eine Gefängnisstrafe von sechs Jahren und acht Monaten. Alle von ihnen gehen in Berufung. Die Todesstrafe von Hiroshi wird in lebenslängliche Haft umgewandelt, die lebenslängliche Strafe von Hammer wird in eine 15-jährige Gefängnisstrafe umgewandelt und Eko's Strafe wird von sechs Jahren und acht Monaten auf sechs Jahre verkürzt. Hiroshi wird allerdings bereits kurz nach dem Ende des Krieges begnadigt und freigelassen. Er war also nur etwa zehn Jahre lang hinter Gittern. Was haltet ihr von diesem Fall? Lasst mir wie immer gerne einen Kommentar unten. Denkt auch daran, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat, dann kann es von mehr Leuten gesehen werden. Und aktiviert die Glocke, dann werden euch meine neuen Videos meist vorgeschlagen. Falls ihr Lust auf einen Extrakriminalfall im Monat habt, schaut mal auf meinen Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Natürlich findet ihr auch auf meinem Kanal jede Menge neue und alte Kriminalfälle. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Untertitelung des ZDF, 2020